Richten Sie es sich so ein, dass Sie für eine halbe Stunde nicht gestört werden können. Nehmen Sie eine Position ein, welche für Sie möglichst bequem ist. Im Sitzen oder im Liegen. Achten Sie darauf, dass Arme und Beine parallel zueinander liegen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, darauf zu achten, dass zum Beispiel Ihr Gürtel Sie nicht einengt. Legen Sie Ihre Brille auf die Seite oder öffnen Sie zum Beispiel den obersten Hemdknopf. Achten Sie darauf, dass Arme und Beine parallel zueinander liegen. Dann rücken Sie sich so zurecht, dass Sie für ungefähr eine halbe Stunde in dieser Stellung verweilen können, ohne sich bewegen zu müssen. Und während Sie noch die letzten Bewegungen ausführen, damit Sie auch wirklich bequem daliegen oder sitzen können, fällt es Ihnen sehr leicht, sich auf diese Klänge und meine Stimme zu konzentrieren. Dann rücken Sie sich so zurecht, dass Sie für ungefähr eine halbe Stunde in dieser Stellung verweilen können, ohne sich bewegen zu müssen. Und das ist auch das Einzige, was es für Sie zu tun gibt. Diesem Klängen und meiner Stimme zu folgen, sich von beiden leiten zu lassen. Oder sitzen können, fällt es Ihnen sehr leicht, sich auf diese Klänge zu konzentrieren.